Moin, willkommen bei LZ Parts im Onlineshop der Lüdemann & Zanker AG. Was habe ich heute für euch? Cockpit. Dacia Duster 2, Dacia Duster 2 Peinit. Und ich habe was Neues. Den Lappen hier, den kennt ihr vielleicht schon. Damit machen wir erstmal ein bisschen sauber. Weil, dass es hier sauber ist, ist jetzt ganz wichtig, weil ich muss da gleich was machen, sonst ist es nachher nicht richtig gut. So, ja, ich habe hier einen Karton mit Inhalt. Und in diesem Karton ist ein Saugnapf mit einem beweglichen Gelenkarm. Wir haben hier noch so einen ganz wichtigen zum Drehen. Wir haben hier kann ich hier auch drin lassen. Ich habe es hier nochmal liegen. Das ist so ein Kugelkopf und dann haben wir hier dieses Teil zum Einklemmen in die Lüfterdüse. Das klemmt man dann in die Lüfterdüse drehen, damit sie nach unten biegt. Weil die Last wird ja auch nach unten gehen und dann tut man den da drauf. Und dann hat man dort einen Befestigungspunkt. Wofür? Mal raus. Den hier. Und da ist wie gesagt hinten dieses Drehteil dann drauf oder es liegt eben halt in der Verpackung drin. Und den muss ich hier drauf machen. Und hier. Dann muss ich es festschrauben. Wobei, du kannst ja hier nochmal abnehmen. Und dann schraube ich das hier hinten mal drauf, damit man das noch sehen kann. Und wenn das richtig fest ist, dann kann man das in die jeweiligen Richtungen auch ordentlich und vernünftig bewegen. An der Lüfterdüse wird das so in dieser Art und Weise dann nicht mehr so gut funktionieren. Jetzt muss ich es nochmal ein bisschen lösen und wieder festmachen, weil ich möchte gerne nach oben den Druckpunkt haben. So. Und dann. Ja, wir sind hier auf dem Hof. Also das kann natürlich auch passieren. Die Hupe funktioniert. So. Und dann haben wir da einen Handyhalter. Den vollautomatischen Handyhalter von uns kennt ihr schon. Dieser hier hat einen Akku intern. Und zwar einen recht guten Akku. Wir haben bei dem anderen vollautomatischen, und das steht auch im Angebot drin, unter Einfluss von Kälte und schwachen Batterien, funktioniert der nicht so wie er soll. Also da braucht man wirklich richtig richtig gute Batterien. Und minus, minus null und drunter weiter minus, da wird es dann schwierig. Hat dieser hier nicht. Wenn wir den mal einschalten. Funktioniert der aber genauso. Geht dann auf und dort kann ich dann mein Handy reintun, das dann auch festgehalten wird. Ich kann das Handy auch hier mit der Lüfterdüse jetzt anscheinend drehen. Die Lüfterdüse muss natürlich so stehen bleiben. Und das Handy sollte dann so stehen. Das kann man natürlich einstellen, wie man es gerne möchte. Das ist aber, ja okay, frei schwingt. Nicht wahr? Muss man selber für sich entscheiden. Also ich mag es so in dieser Form nicht. Aber dieser Handyhalter ist ja nicht nur für Dutch. Ja, eigentlich kann man ihn ja für alle Modelle, egal welches, ob das Renault ist. Ob das die anderen Marken sind, kann man ihn ja verwenden. Ja, ich ziehe ihn jetzt hier einfach mal ab, weil ich setze ihn hier nicht ein. Da gibt es andere Möglichkeiten. So, deswegen machen wir das hier wieder zu. Ich nehme mein Handy mal wieder raus aus der ganzen Geschichte. Ich schalte ihn wieder aus. Und dann schraube ich das hier mal wieder los. Und wir nutzen die nächste Möglichkeit, die wir haben. Die nächste Möglichkeit ist Saugnapf. Dieser Saugnapf ist nicht nur Saugnapf, sondern er ist auch unwahrscheinlich weich und klebrig. Irgendwann ist er auch mal vielleicht zu dreckig. Also dann muss man ihn sanft mit lauwarmen Wasser ein bisschen abspülen, trocknen lassen. Nicht zu doll drücken oder so etwas, sondern weich und schonend reinigen. Damit das Ganze auch so erhalten bleibt, wie es ist. Den kann man natürlich ja auch an der Scheibe nutzen. Also wenn man den jetzt hier irgendwo hinsetzt, da kann ich euch sagen, das Ding, das hält. Das hält richtig. Das Teil hält brutal. Wirklich brutal. Hier haben wir natürlich dann auch den Kugelkopf dran. Mit dem Kugelkopf ist klar, brauchen wir wieder Schraubelement. Und können wieder hier den Handyhalter draufsetzen. Ich schraube es jetzt mal nicht fest, weil ich habe noch ein paar andere Sachen vor. Dann mache ich es mal wieder ab. So. Man könnte zum Beispiel, es ist ein Beispiel. Jeder geht damit andersrum. Oder anders um. Man könnte es hier oben zum Beispiel hinsetzen. Ja. Und sich hier eine Halterung dementsprechend bauen. Die Nächsten sagen, okay, ich nehme es hier hin. Ja. Ich drücke ihn nur ganz leicht gegen, denn hält er eigentlich schon. Und wenn ich ihn dann verriegele, dann hat er sich absolut festgesaugt. Es geht aber auch. Es ist kein Spaß. Es geht auch so. Also auf dem Cockpit. Und dann. Ja. Machen wir mal lose. Festmachen. So. Und dann kann ich das Ganze so festschrauben. Das sind jetzt alles nur Anregungen, Ideen. Ich mag es, wenn Produkte eine gewisse Vielfalt haben. Das heißt, ich nehme einmal Geld in die Hand. Und habe dann, ähm, die absolute Vielfalt. Also ich kann das unwahrscheinlich viel, egal wie, und auch sehr flexibel, ähm, für mich einsetzen. Was ich dann gut finde. Ja. So. Ne, das machen wir mal auf. Na, ich darf nicht hinten dagegen kommen. Sonst wird das nichts. Und es muss natürlich richtig fest sein. Eine Google-Mitteilung. Brauche ich jetzt nicht. Also dann habe ich den Bildschirm quer. Wer es so mag, kann es so machen. Ja. Das ist jedem selbst überlassen. Äh, ich kann genauso gut jetzt das Ganze hoffentlich mal lösen. Und dann setzen wir das Ganze mal hier hin. Da gibt es bestimmt noch ganz viele andere Möglichkeiten, an die ich hier jetzt noch nicht mal denke. Aber die 100 Pro dann zum Einsatz kommen. So. Ähm, wie auch immer. Also es geht, ja. Gut. Dann machen wir jetzt mal wieder los. Weil, kommen wir mal zum nächsten. Ne. So. Ist ganz schön fest. Aber ich will nicht unbedingt die Garantie geben, dass das mit dem Saugnack auf dem Board auch immer klappt. Weil das ist eine Sache von Sauberkeit, Ordentlichkeit. Ähm, wie ist das Board beschaffen? Ist es mit Soft-Touch-Lack und, äh, Wasser und Schmutz abweisend? Da wird es dann tendenziell auch immer ein bisschen schwieriger. Okay. Jetzt machen wir den mal aus dem Burschen. Sonst geht er ständig auf und zu. Also, ich kann hier mit diesem Teil, mit diesem Saugnapf, habe ich auch viele Einstellmöglichkeiten. Boah, es wird verdammt warm hier im Auto. Ich mache mir die Tür auf. Wenn ja selbst die Hände schwitze ich und kriege es gar nicht gedreht, dann kann ich ihn, äh, in diese Richtung schwenken. Ich kann, äh, ihn komplett nochmal hier ausfahren. Äh, das ist also schon eine Menge. Nur, je länger das Ganze gesteckt ist, desto mehr Bewegung ist in dieser ganzen Geschichte nachher drin. Und Bewegung, Bewegung mag ich nicht. Okay. Mein Geschmack. Ich zeige hier nur die Möglichkeiten, die man damit hat. Ob man die für sich nutzt oder nicht, muss ich ja immer wieder sagen. Weil sonst kommen ja die Ersten, die im Video dann gleich wieder reinschreiben, äh, was soll der Blödsinn. Ich habe hier einen ganz einfachen. Ich bin auch ein Fan von Magnethalterung. Gut, günstig, klein, praktisch. Irgendwo eine Kugel hin kleben. Das Handy hinten, Metallplatte drauf, gegen machen, fest, sitzt. Wahnsinnig einfache Lösung. Finde ich nicht schlecht. Aber, jetzt kommt das Aber, es ist immer mehr im Vormarsch QI, QI-Ladefunktion. Das heißt, alle Handys, die jetzt mittlerweile auf den Markt kommen, sind fast alle QI-Ladefähig. Und hinten Magnet drauf, das wird dann schwierig. Weil dann funktioniert das mit dieser QI-Ladefunktion nicht mehr. Wir haben in diesem Set, ja, wo also dieser Handyhalter drin ist, haben wir noch einen Stromadapter für die 12 Volt Bordnetzsteckdose mit zwei USB 3.0 Anschlüssen. 3.0, das heißt, die liefern richtig hohe Ströme. Also das ist kein Blödsinnadapter, der da drin ist, sondern das ist ein richtig guter. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr da zwei iPads anschließen und die werden geladen im Auto. Das ist so. Und meinetwegen auch iPhone X oder wie auch immer. Zwei Geräte, die werden mit diesem Adapter geladen. So, diese Ladeströme werden durch ein Kabel geleitet. Das Kabel ist auch hier mit drin. Und das Kabel hat ein USB-C Anschluss. USB-C, der Anschluss ist hier unten. Zum Laden des internen Akkus. Aufpassen, jetzt nichts falsch verstehen. Ich mag, wie gesagt, ja, den Weg der Null-Toleranz. Absolut keine Bewegung, richtig schön starr und fest. Und der beste Platz für ein Handy ist meistens da, wo die Lüfterdüse sitzt. In diesem Fall haben wir hier eine Lüfterdüse in der Mitte. So, und in der Lüfterdüse habe ich hier einen USB-C Anschluss. Und, na, kommst du her oder willst du jetzt nicht? Jetzt wird es ein bisschen fummelig. Es ging vorhin noch so gut. Nein, ich habe das nicht geübt. So, und ein Lightning-Anschluss. Das heißt, diese beiden Kabel habe ich in der Lüfterdüse im Board dahinter verlegt. Damit man diese Kabel nicht sieht. Ich mag es nicht. Ich mag keine kabellose rumfliegen haben. Okay. Und die laufen dann im Board dahinter zu einem elektrischen Anschluss mit einer eigenen Sicherung. Und auf genau diesen Adapter, der eben halt diese hohen Ladeströme liefert. Das Lightning-Kabel geht direkt auf den USB-Anschluss von dem Alpine-Radio. Und diesen USB-C-Anschluss, den brauche ich hier für meine Ladefunktion. Zum einen wird dann nämlich der interne Akku geladen. Und zum anderen habe ich die QI-Ladefunktion. Das wird mir hier per LED dann gezeigt. Ich nehme es hier jetzt nochmal ab. Weil, und das kommt. Es gibt für diesen Handyhalter, Smartphone-Halter eigentlich eher, einen Adapter. Und zwar in Form einer Kugel. Die habe ich hier drauf geklebt. Regulär ist das ein Adapter für unseren innovativen Handyhalter. Wenn ihr den habt, dass ihr mittels Adapter diesen da drauf bringen könnt. Allerdings, und das habe ich den Hersteller auch schon mitgeteilt, hat dieser Adapter in dem innovativen Handyhalter von uns zu viel Spiel. Das ist so. Das liegt anscheinend am Werkzeug, was über die Jahre eben halt jetzt gelitten hat. Das wird nicht erneuert. Da ist zu viel Spiel drin. Jetzt kann man das verkleben. Okay. Dann ist es eben halt starr. Das nur als Hinweis. Aber ich habe diesen Adapter ganz einfach plan geschliffen. Dann habe ich ein 3M-Klebeband genommen, habe das dementsprechend hier drauf geklebt. Und dieses Teil, das habe ich euch in einem anderen Video schon mal gezeigt, ist in Vorbereitung. Das kommt. Es kommt definitiv. Es dauert eben halt noch ein bisschen, weil das ist Handarbeit. Das wird alles per Hand eingespannt. Jedes einzelne Teil. So. Und das ist sozusagen diese Lüfterdüsen. Diese Lüfterdüsengrundplatte. Egal was für ein Handyhalter ihr habt, mit einem Saugnapf, mit Klebefunktion, mit einem Magneten, wie auch immer, könnt ihr benutzen. Okay. Und der kommt hier einfach nur oben über die Lüfterdüse. Okay. Jetzt kann ich natürlich erstmal den darauf bringen und ihn festschrauben. Das ist ziemlich stramm. Da muss ich drücken und drehen gleichzeitig. So stark fixiert ist das Ganze. Und da sagte ich ja, ich mag es gerne mit der Null-Toleranz und überhaupt keine Bewegung zu haben. Weil dann ist es richtig gut. Weil wenn ich ihn jetzt richtig fest habe, dann ist er wirklich richtig fest. Okay. Schön gleichmäßig ausrichten, damit man weiß, wo die Mitte ist. Ja. So. So. Schön. Dann haben wir den USB-C Anschluss. Richten wir die Lüfterdüse mal schön gerade aus. Machen den da drüber. Und ist er schon an? Ne, jetzt ist er an. So. Dann kann ich, wenn ich das Handy jetzt wirklich nur so rein tue, noch ein bisschen ausrichten, da bewegt sich gar nichts. Ja. Da bewegt sich überhaupt nichts. Und das ist ein richtig schöner Punkt. Zwecks Befestigung. Es funktioniert. Und ich kann natürlich auch noch das Ganze quer machen, damit ich es gut dran habe. Oder eben halt so. Wenn ich jetzt den Lightning-Anschluss dringelassen hätte, dann würde man ihn nicht sehen. Ist ganz klar. Das Handy würde geladen werden über die QI-Ladefunktion. Alles gar kein Thema. Wenn ich allerdings hier das Apple CarPlay benutzen möchte. Und dazu mache ich dann nach diesem Video noch ein Video in der Fahrt. Weil ich euch noch zeigen möchte, wie das mit dem Google Maps funktioniert. Und diesem Gerät, warum es hier eigentlich drin ist. Warum ich denke, dass das die Zukunft ist. Das kommt noch. Ich wollte euch, wie gesagt, erstmal nur den Handyhalter zeigen. Wenn ich jetzt das Handy rausnehme und ich vorher diesen Anschluss herstelle, dann überwiegt er gegenüber der QI-Ladefunktion. Aber es ist immer noch eine unwahrscheinlich schöne, saubere Lösung. Ohne dass hier Kabel rumfliegen, wie auch immer. Das Ganze kommt. Also die Adapter, die Kugeladapter sind unterwegs. Die kommen. Die Handy-Grundhalterung, Lüfterdüsenhalterung oder Lüfterdüsenadapter. Oder was für einen Namen wir uns da nachher ausdenken. Ist auch im Vorlauf, wollte ich euch nur sagen. Das ist meiner Meinung nach ein Produkt, was eigentlich gar keine Wünsche mehr übrig lässt. Ist egal, welches Handy man hat. Okay, ich habe hier ein iPhone 10 Max. Wenn ich es jetzt öffne. Ein bisschen Platz nach rechts und links haben wir. Aber ein Huawei Mate oder so etwas. So ein Frühstücksbrett packt er natürlich nicht. Ist klar. Dafür gibt es dann aber mit dieser Grundhalterung, die dahinter ist, auch sicherlich irgendwelche Möglichkeiten, da irgendetwas handyspezifisch zu machen. Und wenn es dann eben halt so ist, dass man einfach nur eine Handyhülle. Und das meine ich ernst. Eine Handyhülle auf diese Grundplatte drauf klebt und man das Handy in die Handyhülle tut. Dann hat man auch einen vernünftigen Halter. Und zwar einen absolut stabilen. dann kann ich mir natürlich Sachen zum Nutzen machen, wie zum Beispiel, das probiere ich momentan aus, das Dash Command. Und das Dash Command hat glaube ich ein, das ist das Git Pad. Das Git Pad war es nicht. Ein Inklinometer. Der Inklinometer hat eine Roll und einen Pitch. Und wenn ich da, Datalog wollen wir nicht machen. Droggle View, dann habe ich hier sozusagen einmal die seitliche Neigung und die Längsneigung so jetzt auf Null. Und wenn ich hier jetzt irgendetwas mache, dann fängt es an zu wackeln. Ist klar. Wollte ich euch bloß mal gezeigt haben, da kommen noch ganz, ganz viele Sachen. Ich habe unwahrscheinlich viel im Kopf, aber ich muss das auch irgendwo mal loswerden, in einem Video dann verarbeiten. Ihr seht es ja, ist alles nicht so einfach, aber wir kommen immer Stück für Stück voran. Deswegen lasst den Daumen mal oben da. Ich weiß nicht, was das für Leute sind, die, egal welches Video ich auf meinem Kanal hochstelle, erstmal den Daumen nach unten machen. Also ihr scheint ganz in Ordnung zu sein, nur nicht im Kopf. Aber vielleicht macht es auch einfach nur Spaß, die Arbeit anderer Leute abzuwerten. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht ist es auch einfach nur Neid. Kann viele Gründe haben. Muss ich mir nicht viel Gedanken darüber machen. Kommen irgendwelche blödsinnigen Texte, ihr kennt das, dann löscht die einfach weg. Weil das ist mein Kanal. Bei Facebook sind wir, wir sind auf Google, viele Bewertungen helfen natürlich. Wenn es mal ein Problem geben sollte mit mir, mit dem Shop, mit uns, wie auch immer. Wir sind nicht die HL, die hier gerade eben durchgefahren sind. Die holen nämlich eure bestellten Sachen ab. Dann sagt doch vorher Bescheid und dann lasst uns vorher drüber reden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es fast für alles immer irgendwie eine Lösung gibt. Okay, in diesem Sinne. Ich wollte es euch nur zeigen, da kommt ein neuer Handyhalter. Ich mag dieses Teil. Ich finde ihn richtig gut. Und wenn ich ihn richtig gut finde, ich verkaufe gerne Sachen, wo ich zu 100% hinterstehe. Und hoffe, dass euch die dann auch gefallen. Okay. Preise kennt ihr, posten wir nicht im Internet. Weil das vergisst nicht. Aber er ist preislich sehr, sehr, sehr attraktiv. Das kann ich euch versprechen. Okay. In diesem Sinne. Ich hoffe, wie immer, dass ich weiterhelfen konnte. Und sage auch, wie immer, bis denn dann.